Hallo, heute sprechen wir über München. Es gibt viele tolle Fußballspiele in der Allianz Arena. Das Fußballstadion ist die neueste Sehenswürdigkeit in München. Das Stadion hat außen 3000 Luftkissen, die mit LED-Beleuchtung leuchten können. In vielen Farben. Der Marienplatz ist ein guter Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung. Dort ist das Rathaus. Er schaut alt aus, aber ist erst 1905 im neogottischen Stil erbaut worden. Nicht weit ist die Frauenkirche. Diese Kirche mit den Zwiebeltürmen und ist ein Wahrsein der Stadt. Der Anblick der Türme ist sehr bekannt. Der englische Garten ist das Freizeitparadies der Stadt. Man kann auf der Wiese Picknick machen, Freunde treffen, Fußball spielen oder spazieren gehen. München hat viele Biergärten. Kellner und Kellnerinnen im bayernischen Trakt servieren typische Kostlichkeiten. Es ist sehr hübsch. Das war München. Tschüss.